Internet und YouTube und Kies. Arnos Penis Hoden. Checkliste abgehakt, jetzt bekommen wir die 4000 Likes. Stolz auf mich? Ja, sehr gut, danke für... Hab ich nur für dich gemacht. Den YouTube Kapitalismus. Kein Problem, hey, ich mein, meine Community, die ist anständig, aber deine ist so ein bisschen härter unterwegs, respektier ich. Härter? Oder? Ich mein, du hast doch die... Ja, von Gangmitgliedern und so. Ja, du hast doch diese Biker Kids. Ja, definitiv. Und du hast doch letztens gesagt, dass du die meisten deiner Abonnenten in einem Austrian-Ghetto kennengelernt hast. In einem Austrian-Ghetto? Hast du gesagt? Im Jugendhaus, wo du groß geworden bist. Seine Eltern haben ihn leider sehr vernachlässigt. Ja, komm, ich möchte nicht darüber reden, okay? Das hat dir nichts zu suchen. Betreuer Dirk, sag ich nur. Betreuer Dirk. Mir tut jetzt noch alles weh. Ui. Oh, fuck. Moment mal, bist du schwarz? Nee, ich bin... Oh, shit, der ist... Nee, das ist ein Grafikfehler. Was ist das? Ich weiß nicht. Was ist das? Was ist bei dir? Ich glaube, hinter dir ist ein Killer. Ich habe dich eben gerade huschen sehen, da hinten. Ja, ich bin weggewusst. Im hohen Gras, wie so ein scheues Reh. Guck mal, hier bin ich. Ich bin ein ziemliches kleines Reh. Guck mal, wir haben uns vereint. Bist du das, der da gerade rumschraubt? Ja. Das schöne Zöpfe. Oh, der Zocker blutet. Warum nicht? Keine Ahnung. Auf den Nagel getreten. Oh, nee. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Night Rider. Also, ich bin jetzt weg. Ich bin undercover. Oh, wie jetzt? Ich dachte, der blutet nur. Oh, nein. Da vorne ist eine Falle. Hast du das gehört? Nee. Er stellt wahrscheinlich vor ihm. Ach, hier ist er. Oh, scheiße. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ich renne und befreie den Typen. Lenk ihn ab. Zieh ihn weg vom Generator. Er rennt mir nicht nach. Er rennt jemand anderem nach. Kannst du ihn befreien? Jetzt ist er nicht mehr. Ich versuch's. Ich versuch's. Moment, aber ich muss die Falle finden. Irgendwo hier liegt noch eine Falle rum. Wo ist die Falle? Ich sehe sie nicht. Oh, nee. Die Falle ist unsichtbar. Ich kann die Falle nicht sehen, aber ich habe gehört, dass er eine Falle aufgestellt hat. Okay, wir müssen befreit. Ich habe ihn befreit. Wahrscheinlich die Falle im hohen Gras. Seltenes Erlebnis. Ich bin ja wohl der Netteste. Nein, ich bin jemand, der immer. Quantum First habe ich auf meinem Auto stehen. Fuck, hab ich mich erschreckt. Ah, du hast sie gefunden, die Falle. Leg mich um mich. Hab ich mich erschreckt. Direkt vor dem Generator. Also fast. Im Gras. Ja, und? Wie geht's? Ja, schlecht. Kennst du mich? Wie soll ich dir denn da... Oh, oh. Ich habe Ablenkung gemacht. Wie geht's dir? Ich bin verletzt. Ich humple. Komm zum Generatorplatz. Ich bin beim Generator... Ja, nee. Ich bin beim anderen Generator. Hier ist jemand. Okay, warte. Ah, fuck. Ich wollte ihn... Wird dir geholfen? Ich bin der Einzige, der nicht blutet. Was sagt das aus? Skill. Glück. Glück. Ich bin Ninja. Okay, ich habe ihn geheilt. Und jetzt kommt der Killer. Das ist super duper. Komm zu mir. Hier hinten in der Ecke. Oh, oh, oh. Er ist hinter mir her. Ich bin undercover. Ich bin in the shadows. Ja, er hat mich natürlich, weil ich humpeln muss. Warte, 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 warte. Ich hole dich. Keine Sorge. Ich hole dich. Kannst du dich runterwiggeln? Das habe ich von meiner Nettigkeit. Ich versuch's. Mach den brasilianischen Kreuzwickler. Oh nein, er geht's wacken. Brasilianischer Kreuzwickler. Au. Das war nicht brasilian genug. Oh, fuck. Er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Weg, geht ab. Weg. Da ist noch ein anderer bei mir hier. Ich habe ihn gestunnt. Ich habe einen Killer-Stun gemacht. Bist du gerettet? Nein, werde ich nicht. Warum? Jetzt ist eine Falle hinter dem Ding aus. Toll. Jetzt wird er wirklich stehen hier. Der hätte mich befreit. Oh mein Gott. Er steht hier nur rum. Er mag dich nicht. Warte, 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 warte. Oh mein Gott, no. Oh, er ist zweimal an mir vorbeigelaufen. Er ist zweimal an mir vorbeigelaufen. Irgendjemand repariert wenigstens. Sieh's mal so. Warum rennt er jetzt zu mir? Ich muss reparieren. Sonst kommen wir hier niemals raus. Ich muss... Einer muss hier Verantwortung übernehmen. Fucking hell. Wo genau bist du denn? Ich könnte dir helfen. Wenn ich wüsste, wo du bist. Ich bin auch immer bei meinem Haken jetzt. In dem Gras. Okay, ich repariere. Halt einfach durch, ja? Wo reparierst du? Ich bin in dieser großen Hütte. Im Zentrum der Karte. Jetzt kommt er schon wieder zu mir. Verwende Google Maps. Hör mal auf, so rumzustöhnen. Oh nein, er kommt... ...in meine Nähe. Wo sind die andere? Oh, fuck. Ich hab ihn gesehen. Oh, hast du gerade repariert? Ich hab ihn gesehen. Doch, da ist eine Falle. Ich flippe aus. Ich dachte, der war hinter dem Ding. Okay, ja, das war die. Er ist hinter mir. No. Oh, verdammt. Oh mein Gott, ich bin so verletzt. Komm schon. Das gibt es nicht. Ich hasse das. Was hat der für eine Reichweite? Was hat der Mann für eine Reichweite? Jetzt hat er mich... ...Operation schwarzes Kaninchen. Ich war die Ablenkung. Ich schärfe gerade die Falle. Komm schon. Komm schon. Ich kann mich nicht mehr befreien, oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er bringt mich zu dir. Ich kann mich nicht mehr befreien? Warum hilft dir denn niemand? Ich kann mich nicht befreien. Er verschleppt mich. Jetzt liege ich hier oben. Er will mich verwenden als Lockvogel. Das ist ein Trick. Das ist ein fieser Trick. Quantum, bitte. Bitte, wir sind doch... Ich flute. Freunde. Aus meinem Knöchel. Aus deinem A-Knöchel oder B-Knöchel? Das gibt es nicht. Er macht hier oben eine Falle hin. Aber ich rob runter. No one can stop me. Auch wenn ich blute, seh ich gut aus. Da oben liegt eine Falle. Kriegst du gerade hier runter? Ja. Ich robbe. Er ist bei dir, oder? Irgendjemand muss reparieren. Quantum, geh lieber reparieren. Ich kann das. Ich lass dich nicht im Stich. Okay, jetzt. Ich komm zu dir. Einer muss reparieren. Er kommt, er kommt. Renn, 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 renn. Renn, renn, renn. Renn, renn. Renn. Okay, ich werde hier von zwei Leuten geheilt. Es ist alles gut. Er ist irgendwo bei mir. Also alles gut. Ich bin, ich bin wieder komplett, ich bin komplett frisch. Mir geht's richtig gut. Er kommt zurück. Er kommt. Mir geht's mega premium. Ja, jetzt übertreib mal den. Nee, wirklich. Also ich fühle mich auch richtig erholt. Ist eigentlich ein bisschen so wie ein Wellnessurlaub gewesen. Fühlt sich also besser als vorher? Irgendwie schon, ja. Du brauchst also manchmal so einen kleinen Schlag. Ab und zu brauche ich einen kräftigen Schlag. Oh nein, der kommt schon wieder. Einen Generator. Ich brauche einen Generator. Er ist hinter mir. Wahrscheinlich bin ich gerade wieder vorbeigezogen. Ah, verdammt. No. Können wir nicht davon schon fliehen? Hilfe. Mir geht's gut, danke. Oh shit, ich renne genau zum Keller. Hilf mir. Oh mein Gott. Er macht alles kaputt. Diese Zerstörungswut. Ah, da hat jemand repariert. Gut, 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 gut. Dankeschön. Wo bist du? Ich bin blutend irgendwo da, wo du nicht bist. Gut, das ist gut. Dann verrätst du nicht die Spur. Mein B-Knöchel blutet. Okay, nee, ich bin da. Komm, reparier bitte. Komm schon, du bist beinahe durch. Mach einmal irgendwas Gutes in deinem Leben. Ich seh'n. Ich seh'n. Weiter weg. Erinnerst du dich an den Moment, wo ich alleine den Generator repariert hab? Oh fuck me. Oh fuck me. Fuck me. Quantum, ich blute. Ich kann dir nicht helfen. Was, du? Oh Gott, er hat mich erwischt, aber ich hab ihn stoppen können. I think. Hat er mich gesehen hier? Oh nein, jetzt kommt er zu mir. Spring drüber, Baby. Nein, er hat mich nochmal erwischt. Das ist unfair. Bleib bitte ganz weit weg von mir. Ah, er kann den nicht. Oh nein, er zerstört das Ding. Nein. Nein. Du musst wiggeln. Nein. Du musst wiggeln. Ich hampe den in seinen starken Armen. Das ist noch ein richtiger Mann. Ich bin ne Frau. Genau wie du. I'm wiggling. I am wiggling. Oh nein, er kommt zu mir. Ich hab ihn gehört. Was war das? Dein Frühstück? Nicht in meine Richtung, Alter. Nicht in meine Richtung. Wo bist du? Hilf mir. Ich bin da, wo der Killer ist. Wo bist du? Ich geh straight to the Reparation. Ja, ich auch. Ich hab hier so einen krassen Generator. Den versuch ich gerade fit zu machen. Ich hab einen krasseren. Ja, aber meiner ist schon bei 70%. Meiner auch. Ich kann aber besser reparieren. Ne. Ich hab Reparaturfinger. Ne, 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 ne. Ich hab Schrauberfinger. Du hast Blondinenfinger. Die taugen nix. Glaub mir. Da hinten hängt jemand. Ey, ich hab repariert, siehst du? Ja, aber meiner mach ich alleine. Ja, ich war auch alleine. Und meiner ist einer von diesen billigen Japanern. Du hast doch gar nicht... Du hast nur aufs Knöpfchen gedrückt. Ich hör ihn. Du packest das. Rettest du... Rettest du Mikesh? Ich glaube nicht, dass ich das... Oh, scheiße. Das hätte ich... Oh, nein! Jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich weg. Oh, ich hab gehört, wer dich geschnetzelt hat. Jetzt bin ich weg. Rettet sie da hinten. Was macht ihr denn? Meine Güte, Quantum. Ja, da ist doch jemand hingelaufen, oder nicht? Ja, einmal emotional... Da ist die ist doch gerettet worden. ...freundlich sein. Ja, jetzt rette mich. Bleib in the shadows. Schnell, er geht weg. Er geht weg. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Flieh, mein Kind. Flieh. Warte, 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 warte. Er ist verwirrt. Ich mach den Kreis. Strategie. Kreis. Au! Ich hab gar nicht aufgepasst. Er hat daneben gewischelt. Gewischelt? Geh nicht zu der Tür. Ich mach die Tür. Ich mach die Tür. Ich geh rein im Kreis. Ich mach die Tür. Das verwirrt jetzt. Hila. Mir wird schwindelig. Ich mach die Tür. Ich hab's wirklich so gut wie... Die ist so gut wie offen. Sie ist offen. Komm, raus. Wo? Da hinten. Da hinten, ach so Gott. Da, wo die schwarze, blutende Frau winkt. Ich geh ins Licht. Quantum, bitte. Das Licht. Wo ist das Licht? Da hinten. Das Licht, da hinten. Ich tanze. Ich tanze den Tanz. Er hört mich, aber... Renn. Schieß, renn. Nein, nein. Ohne dich geh ich nicht. Geh hinaus. Es ist Zeit für mich zu... Es ist Zeit für mich zu gehen. Und für dich. Ohne dich geh ich nicht weg. Nein, es ist vorbei. Ich akzeptiere es. Nein, Mann. Tu's für mich. Nein. Vielleicht erzählst du deinen Kindern mal was von mir. Ich werde nie Kinder haben. Dann irgendjemand andern. Ich glaub, du musst jetzt schon kämpfen, oder? Du musst strugglen. Oh, ich bin zu spät, oder? Nein, nein, nein. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ren doch in die Freiheit. Vergiss dich. Ich kann nicht. Du bist mein Bruder. Vergiss mich, Kies. Vergiss mich einfach. Ich brauch deine Liebe. Nein. Nein. Es hat keinen Sinn. Schnell. Schnell. Zum Ausgang. Wo bin ich? Dieser Ausgang. Los, 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 los. Ich lass dich nicht gehen. Ich lass dich nicht gehen. Bleib stehen. Was ist ich? Ich wollte dich doch noch heilen. Ich bin automatisch rausgelaufen. Der Auto-Aim-Bot war wieder an. Auto-Run-Bot. Wir haben es geschafft, Mann. Der Typ war ein echter Psycho, sage ich dir. Wir sind alle entkommen. Er war kein guter Psycho. Er war ein Psycho, aber kein guter. Nun gut. Das war eine Psycho-Folge. Wenn es mehr Psycho-Folgen geben soll, dann psychomäßig bewerten. Oder? War das nicht so? Oh mein Gott. Da kommen jetzt Bewertungen raus. Schreibt irgendwas Krankes in die Kommentare. Wir wollen richtig überrascht werden. Besonders bei Quantum. Der steht drauf. Was soll man da überrascht werden auf YouTube-Kommentaren? Ich will so was richtig Gestörtes von euch lesen. Bei Quantum, nicht bei mir. Bei Quantum. Ey, ey, ey. Bei dir. Zeigt uns, wie krank ihr seid. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.